Alles Gute zum Muttertag. Am Muttertag ehren wir die Mutter und deren Mutterschaft. Als Feiertag hat er sich seit dem 20. Jahrhundert in der westlichen Welt eingebürgert. Jedes Jahr am zweiten Sonntag in Mai ehren wir in Deutschland die Mütter und feiern. Dieser Tag gilt nur der Mutter. Er sollte ein Tag der Harmonie sein, auch sollte der Mutter Dankbarkeit gezeigt werden für die liebevolle Zuwendung und Fürsorge, die sie den Kindern geschenkt hat. Dieses Jahr fällt der Muttertag auf den 11. Mai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017